Hallo und willkommen auf meinem Channel. Willkommen bei WONDER ASMEHR. Heute mit diesem wunderschönen Adventskalender, den ihr in fast jedem Bioladen bekommt. Und zwar heißt der Abwarten und Tee trinken. Und ihr könnt es schon erraten, in diesen ganzen Türchen sind Tees. Ja, und zwar sind hier drin 24 Teebeutel mit verschiedenen Tees. Früchte, Gewürze und Kräutermischungen. So sieht der von außen aus, vorne, von hinten. Und ich habe jetzt natürlich ein paar schon aufgemacht. Und so sieht der von innen aus. Ich finde den super, super schön. Wie teuer der war, kann ich euch nicht sagen. Ich habe ihn geschenkt bekommen. Aber ich finde den so hübsch. Der ist wirklich so schön. Und der steht bei mir im Küchenbereich. Und ich finde den wirklich super schön. Ja, dann wollte ich euch einfach mal vorlesen, was hier so drauf steht. Und was da so für Teesorten drin sind. Also fangen wir an mit Aloha und Apfel. Gefolgt von Beeren und Träume. Es geht weiter mit Beeren und Waldmeister. Berg und Frische, Blütenkuss, Darling, First Flush, Earl Grey, also Schwarztee mit Bergamotte und Zitronenöl, dann Earl Green, Grüntee mit Bergamotte und Zitronenöl, dann Holundermünze, ist sozusagen eine Kräutermischung, Ingwer-Orange-Kräutermischung, Janosch, Beerenstarker Tee, der ist total süß. Der ist eigentlich für Kinder, aber niedlich. Dann Janosch Sauguter Tee, Janosch Waldbeer Tee, Kaffee Chai, Karotte und Karma, Kräutertraum, Kurkuma und Kraft, Linde und Lagerfeuer, Sand und Cranberry, Schokoschai, Spekulatius und Sterne. Oh, interessant. Typisch Chai, Wald und Kräuter, Zimt und Zauber. Wow. Das waren alle. Und der ist von Lebensbaum und ist Bio-zertifiziert. Also, wie gesagt, ihr bekommt das Ganze im Bioladen. Ja, also nochmal zum Schauen, ist der nicht wunderschön? Schaut euch das an. Oh Gott, ist der hübsch. Total niedlich, oder? Ich mache jetzt mal einfach mit euch das siebte Türchen auf. Muss ich mir eben selber schauen, wo das ist, Ass, hier. So, das siebte Türchen ist hier. Moment. Ah, Aloe und Apfel. Aloe und Apfel, das ist doch schön. Den werde ich gleich erstmal ausprobieren. Ja. Aloe und Apfel. Bio-Früchte, Tee-Fruchte, Knacke. Oh. In Pinky-Winky. Cool. Ich liebe Pink. Finde ich sehr cool. Da ist drin Hacke Butter, süßer Apfel, Orange, weißer Hibiskus, roter Hibiskus, Himbeere, Lavendelblüte. Alles sehr gesund, ne? Finde ich total klasse. Ja. Dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat und ihr euch auch so einen schönen Adventskalender kauft. Ja. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Eure Wunderhasse mehr. Dann apa weiter. Ja. … Ja. Ja.